verstehst du was ich meine jo leute und willkommen zurück zu Watch Dogs 2 das letzte mal sind wir hier stehen geblieben freunde und ja es geht weiter auf geht's zur nächsten Mission ok ich brauche dafür den Zugangsschlüssel alright ok so ok ok hier oben ok so hacken wir uns mal hier rein so 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 platziere ein exploit im satellit so ich kann sehen es ist ein wunderbar hervorragend hältst du mir den rücken frei dein rücken und 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 beide seiten super auf geht's so 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 anzufassen was ist denn im rhein raum der chip den ich dir gegeben habe nützt ohne mobile nichts wenn ich das hier richtig lese sind die dinger die wir brauchen da drin gelagert auch ne ernsthaft jetzt jetzt wunderschön alarmiert die gegner hier die auf bleibe unten yo von wo holy shit is baller euch alle ab ihr scheißwecher ich baller euch alle ab ihr scheißwecher oh lacht schneller nach oh mein Gott Jetzt nur noch du Komm Stirb Perfekt Ach du heilige Scheiße man Komm Bruder verregt Dankeschön Oh mein Gott 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 Lasst mich doch einfach alle In Ruhe scheiße Victor Ich bring euch eh alle um Wenn es sein muss Und es muss wohl so sein Oh shit 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 Es sind zu viele Es sind zu viele Oh shit 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 Nein someone Verdammte kacke Scheiße 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 nochmal 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 scheiße 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 da vorne ist der zugangsschlüssel ich wage erstmal zu bezweifeln ich muss den schlüssel hacken 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 Mann! Nochmal die Scheiße! Mann, ey! Ich glaub, ich geh diesmal von unten lang, Freunde. Ey, ich hab dich doch gehackt, du Vollidiot! Schicken Sie mehr Wagen! Ernsthaft jetzt? Greift das Spiel an! Alter, scheiße! Ich hab dich da ernst, Mann! Scheiße Wichser! Geben Sie auf! Ich suche den Verrückten und den E-Mail! Jetzt muss ich den Schlüssel da vorne wieder hacken! Mann! Ich wollte mich verarschen! Alter! Was ist denn da? Ernsthaft jetzt! Das wird doch wieder nichts! Mann! 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 komm herr, du ... hey, komm herr, du blöde Sau Alter Schwede, ey, Freunde, was geht hier ab? Was geht hier wirklich ab? Oh mein Gott, oh mein Gott Jo, ich kann nix, ich kann, scheiße, maaaannn Scheiß Wichser Junge, Junge, Junge Okay Jetzt ganz in Ruhe Den schalten wir aus, zack Meine Fresse, ey Ja, komm du mal raus, dann kann ich rein, perfekt Oh, Baby Lass bloß die Hosen an, Markus Da wimmelt es nur so von Laserfallen und Typen mit Knarren Holen wir uns den Jumper raus Und hacken erstmal da vorne den Schlüssel Würde ich sagen Jumper wird entdeckt So Das ist geschafft Und jetzt muss ich irgendwie Die Da vorne hinkommen Ohne natürlich entdeckt zu werden Und ob das so einfach ist Ich sage es mal zu bezweifeln So So Diesmal läuft es schon mal besser, Freunde Diesmal läuft es schon mal besser Diesmal läuft es schon mal besser Und 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 Runterlassen Mit Zu weit runter So 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 Perfekt 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 Jawohl Was ist aus? Sicherungsterminal finden, okay. Okay, ist da drinnen. Jumper rausholen. Zack. Entsperren. Entsperren. So, dann fahr zurückrufen. Zack, zack. Rein hier. So. Es geht doch, es geht doch, Freunde, es geht doch. Nämens. Mensch, 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 Mensch. Es geht doch. Ohne großen Aufstand. Ohne rumballern. Es geht doch. Mensch, 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 Mensch. Ich verliere das Motherboard. Okay. Da oben muss ich nicht zünden, okay, alles klar. Warum fällst du runter, Markus? Weißt du, mein Dad hat mich mit ins Luft- und Traumfahrtmuseum genommen, als ich zehn war. Das war nichts im Vergleich zu dem hier. Raketen und Dinosaurier, Mann. Dafür ist man nie zu alt. Dein Scheiß-Ernst, Markus? Dein Scheiß-Ernst? Dein Scheiß-Ernst? Kommt raus. Es geht doch nicht nach oben. So. Komm schon. Geht nicht weiter nach oben. MNN Okay, würde ich auch. So, perfekt. Nee, das geht doch. Okay. 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 Wo liegt der Musikantenknochen? Genau. Wo liegen die Weichteile? Hey, Ray. Meinst du, ich kann jetzt Raketenwissenschaftler in meinen Lebenslauf schreiben? Wie wen hältst du mich? Dein Bewerbungscoach? Erledigt. Verlaupte Galileo. Wunderbar. Und jetzt verschwinde da. Okay, alles klar. Hauen wir ab. Hauen wir ab, Freunde. Hauen wir ab. Weg hier. Hauen wir ab. Hauen wir ab. Hauen wir ab. Weg hier ab. Und dann schafft. Warum geht's hier. Was? Hier wartet ein ganzer Sack Keks auf euch. Es dauert noch ein Weichen bis die Rakete startbereit ist. Wir rufen dich wenn's soweit ist. bis dahin kauft ihr doch was hübsches oder nicht ist mir egal was dem hast es geht doch und das geht abgeschlossen perfekte mundu warte den nächsten galilee start ab dann würde ich sagen freunde dass wir uns jetzt noch mal umkleiden was anderes anziehen gucken wir mal was es da so schönes gibt was wir uns gönnen können richtig parken schnauze nachrichten was gibt es denn hier feines nur nudel sachen von nudeln möchte ich nicht zahmen nene 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 dann woanders hin gehen wir da hin biker shop was gibt es denn hier feines wie geht es hinten können sie die sachen einprobieren danke alles klar so oberzeile was gibt es denn hier feines das sieht nicht schlecht aus das hole ich mir haben wir nur die eine w kannst du da ist dir ey naja holen wir uns das hier Taschen. Haben wir auch nur die eine. Aber holen wir uns die Tasche, was da jetzt kommt. Unterteile. Äh. Näh, die Hose geht voll in Ordnung. Schuhe. Schuhe. Ähm. Holen wir uns die. Komm, was solls. Okay. So. Haben wir uns ein bisschen ungekleidet. Läuft doch. Ich kann Ihnen versichern, dass der Trailer nicht geleakt werden kann. Das können Sie? Sie können es versichern? Nachdem das mit Unity, Syndicate und Osiris passiert ist? Unsere Sicherheit war nie besser. Wenn das geleakt wird, können Sie mich feuern. Das habe ich da noch vor. Quizfrage, Leute. Was liebt jede Gaming-Website am meisten? Als Journalismus zu gelten. Leaks. Dafür zahlen Sie jeden Preis. Vor allem für ein Leak von einem der großen Studios wie, äh, keine Ahnung, Ubisoft? Markus, spiel nicht mit meinen Herzen. Was hast du für mich? Nur eine Spur. Ein neuer Spieltrailer von Yubi San Francisco. Hm. Ich kann die neuen Follower förmlich riechen. Mal sehen, ob ein Ubisoft cool in meinem Terminplan passt. Oh, eine Nebenoperation. Aber wir müssen eh warten, bis... ...bis der Galileo-Start losgeht. Dann machen wir mal die Nebenoperation, würde ich sagen. Wir müssen ja eh warten von hier. Dann streuen wir mal hier die Nebenoperation noch mit ein, in der Folge. Und vielleicht geht es ja dann da und da noch weiter. Markus, die Rakete wird startbereit gemacht. Ja. Schwing deinen Arsch hierher. Abschuss-Party. Oh, es geht weiter. Ähm. Die Nebenoperation machen wir beim nächsten Mal. Ja. Auf geht's zum Hackersbirth. Die Nebenoperation machen wir beim nächsten Mal, Freunde. Auf jeden Fall. Der Mann der Stunde! Komm mit, Wesley Crusher. Zeit für den Start. Oh Mann, bitte. Ich bin ganz klar, Sisko. Jake Sisko? Captain Sisko. Es sind nur noch ein paar Minuten, dann haben wir Bloom in der Tasche. Wir werden die dermaßen in den Arsch ficken. T-20, 19, 18. 17,95 quer, Google-Plex. Ich stelle mir gerade vor, was ich von dem riesigen Datenhaufen ein Ständer und Dünnschiss kriege. In derselben verdammten Sekunde. Drei, zwei, eins, Lüft, 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 Lüft! Dringe in Blooms Datenzentrum in Delaware ein. Oh Gott! Seht euch das an! Was für ein Blick hier oben! Zeit, Bloom die Scheiße aus dem Leib zu prügeln! Blooms Netzwerk ist sogar noch globaler als wir dachten. Selbst in so ein komplexes Netz muss man reinkommen. Irgendwo! Ich kriege ein paar Zugangspunkte. Ein paar dieser Datenhubs haben auch Schwachstellen. Fantastisch! Dann los! Ähm... So. Seht euch die Technik an! Wrench, sabere ich? Tut mir leid, ich höre dich nicht. Ich sabere selbst zu laut. Kennst du dich mit diesen Serveren aus, Joshua? Ich glaube, die verstehen mich. Die Technik an! Sie kommen durch dieses Ruhm? Ja, Herr Herrmann. All die Beyanungen starten von der Bekanung der Bekanung, und die Bekanung der Bekanung, und die Bekanung der Bekanung, und die Bekanung in der Bekanung. Aber das ist nicht nur ein Einziger Bekanung. Woohoo! Josh, du hast es definitiv drauf. Ähm, danke, Ray. So. Aktiviere das Strom jetzt. Die Blumenbüros sind in Yongsan. Machen wir mal Musik. Problem. SML-Gateway mit adaptivem Schutz. Da führt kein Weg durch. Selbst wenn ich Monate hätte, es würde nichts bringen. Nein, es gibt immer einen Weg. Hey, was passiert mit Datenzentren während eines Stromausfalls? Na, ihre USV setzt ein. Und was, wenn die auch aussetzt? Die Firewall wäre aus. Wir wären Delaware einen Schritt näher. Mensch, das ist brillant. Das solltest du machen. Lustig, dass du das sagst, Sitara. Was? 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 Tja, was? Tja, hat das? Tschüss. Tja, Tja. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir sind in Gangnam, Jungno, Sob, und Sengpa. Wir sind in den Kurs. Wir sind in den Kurs. Wir sind in den Kurs. Okay Heeh Spassifniks Spassipniks Spassipniks Äh, es passiert immer noch nix. Spassipniks 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 Hä? Was soll ich denn? Hä? Es passiert nix. Was soll ich machen? Ich kann nur in die Kameras und diese PC stacken. Hä? Hä? Momentchen, Momentchen, Momentchen. Ich kann nicht nur in die Runde gehen. Spassiert werden. Spassiert werden. Ah! Reagiert allergisch auf Wolle. Scheiße, was hast du gemacht, Wrench? Den Strom abgeschaltet. Habt ihr sonst noch Wünsche? Ein Wrench im Haus erspart den Zimmermann. So sieht es aus, Mann. Ah, ich hab auch mal so'n Ding gebracht, Wrench. Es gab Unruhen. Leute starben. Ich hoffe, so was macht ihr nichts aus. Okay, okay, okay. Da geht noch nix. Ah, hier. Hacke das Terminal. Okay, aus Plan. Oh, ich dachte, das wäre Dublin, Ohio. Sehen wir uns mal um. Fühlen wir uns wie zu Hause. Alarm? Hm? Das haben wir auch geschafft. Okay, cool, jetzt gehts. Treff auf Plumsdaten. Ach du Heilige. Ach du Heilige Scheiße. Okay. Erstmal hier alles entsperren. Alright, okay. Okay, okay, okay. Okay. Hey Marcus, wie läuft's? Wisst ihr es ist etwas stressig das durchzuziehen wenn ihr alle zuseht. Okay. Im Ernst Leute, muss das jetzt wirklich sein? Marcus, Marcus, Marcus. Könnt ihr euch vielleicht ins Knie ficken oder so? Okay. So. Jetzt hier. So. 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 Blum 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 Okay Blum 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 So, äh, jetzt muss die andere Seite noch irgendwie gemacht werden, ähm, äh, puh, ähm, hä, so, äh, so, so, wo, wo, äh, okay, so, geil, so, die erste Seite ist geschafft, okay, jetzt die andere Seite. So, 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 okay, so, 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 so So, 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 so. So, so, so. So, 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 so. Perfekt, jetzt das. Jetzt das da vorne. So, und so, und so. So. Dann die Kamera. Und so. Puh, geschafft. Ich werde den Typen ein kleines Andenken hinterlassen. Markus, was hast du vor? Ist ne Überraschung. Was? Was? Noch nicht. Warte kurz. Sehst du, was ich gemacht hab? Echt krass, Bro. Wir sind abgeschlossen. Okay. Ja, haha. Markus, du bekloppte Penner. Okay, okay, okay. Leute, Leute. Da. Das dauert ewig, das durchzuackern. Konzentrieren wir uns auf den Zweck der Satelliten. Ray? Ja, ich bin schon an der Arbeit. Heilige Mutter Gottes. Es ist ein Backbone. Ein Satelliten-Backbone? Was ist mit der Latenz? Die sind niemals so schnell wie Glasfaserkabel. W-wenn ich das richtig verstehe, dann doch. Bloom hat's geschafft. Die umgehen die Unterseekabel mit Satelliten. Ein technologischer Quantensprung. Ich mein, wenn das geht, brauchen Hacker Jahre, um da ran zu kommen. Äh, nein, wir nicht. Wir sind schon drin. Wer steht auf Blooms Kundenliste? Wir haben Noodle. Wir haben Envite. Wir haben Tidus. Wir haben Galilei. Wir haben die... Die Regierung. Die New Yorker Aktienbörse. Moment, die ganzen Unternehmen haben einfach zugestimmt, dass alle ihre Daten über Bloom laufen? Finde das noch jemand verdächtig? So viele Daten und Bloom hat Zugriff? Das ist das mächtigste Monopol der Welt. Können wir das Ding sprengen? Nein. Nein, selbst wenn wir könnten. Wir brauchen noch Antworten. Hey, hört mal alle zu, Mann. Unsere Arbeit ist doch lange nicht vorbei, aber mit dieser Aktion sind wir schon mal im Spiel. Also wählt ein Ziel. Imweit. Tidus. Ganz egal. Fangt an zu graben und sucht nach Zeug, das wir eigentlich nicht machen dürften. Dushan will uns als Feind hinstellen. Zeigen wir ihm, was ein Krieg gegen uns wirklich bedeutet. Ja. Ja. Hey, was geht? Du weißt, was geht. Ich weiß genau, was du vorhast. Und du benutzt Markus als seine persönliche Waffe gegen Bloom. Scheiße, was soll das denn jetzt? Ich weiß von Raymond Kenny und seinen Kollateralschäden. Wir benutzen uns hier gegenseitig. Das war immer der Deal, Zetara. Markus ist ein großer Junge. Er kann selbst auf sich aufpassen. Mhm. Klar. Schreck. In a free and just society, every person is treated with dignity. In a free and just society, leaders are accountable to those they govern. In a free and just society, individuals can rise as far as their talents and hard work will take them. Haltet ihr eure Gesellschaft für gerecht? Glaubt ihr, dass ihr frei seid? Vielleicht glaubt ihr an die Macht der Demokratie. Dass eure Stimme zählt. Unternehmen kaufen jetzt Politiker und manipulieren Wahlen. Glaubt ihr an die Macht des freien Marktes? Die Börse ist nur ein Puppentheater. Für die Reiche. Euer Geld wird kontrolliert von Leuten, die ihr nicht kennt. Glaubt ihr, dass die Regierung euch schützt? Die Landesverteidigung schützt jetzt die Regierung vor euch. Glaubt uns nicht einfach so. Seid beim Start unserer bisher größten Operation dabei und sieg das selbst. Die Grundpfeiler der US-Politik haben uns verraten. Die Demokratie? Der Freie Markt? Die Landesverteidigung. Der Zeck zeigt euch die Wahrheit. Tut was ihr wollt. Okay. Freunde. Mir ist das abgeschlossen. Wir haben einfach mal die Welt gehackt. Also andere... ...ob... ...andere... ...Dead-Sack-Sachen auf der Welt. ich würde sagen wir haben beim nächsten mal wieder cool wie groß ist diese sache kommt zurück sobald du kannst das hier könnte riesig sein alles klar eine neue operation hauptoperation ok freunde ich würde sagen das war es jetzt erstmal wieder fürs erste mit watchdogs 2 wenn es euch gefallen hat würde ich mich über den daumen noch um freuen genauso wäre ein abo und ja freunde beim nächsten mal geht es dann weiter mit watchdogs 2 haut rein bis zum nächsten mal zocker boy game over